Nein, nicht. Bitte nicht. Äh, hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Ja. Mein Herr, ich danke euch. Ada, auch wenn es schwerfällt, aber... was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Ätter, bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand, allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese, äh, Arke ist... Nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt, aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten, zum Turm, Traumur, die Ältesten, der Heiler, der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Ich wusste es. Genau wie am Phönix-Tor. Das heißt, am Ende dieser Stufen fände ich... Wenn Sie es wieder haben, dann werden durch meine Z supervisor beizutaus absolutely. Das ist maneira ge�� undartig με ein Junge, herzure Begr Unsetscher. Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Daruda, Ramuh, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Doch wo ist der Phönix? Ein Begründer. Das willst du also. Nicht wahr, Ultima? Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... Ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, misst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich hab nämlich keine Lust, der nächste Sid zu werden. Keine Sorge. Den Namen geb ich nicht mehr her. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Sorge. Vielen Dank.